Das ist ein bürstenloser Gleichstrommotor, auch BLDC-Motor genannt. BL steht für Bürstenlos oder Brushless, DC für Gleichspannung. In diesem Video zeige ich dir, wie bürstenlose DC-Motoren funktionieren und wie du sie mit einem Arduino steuern kannst. Ein bürstenloser Gleichstrommotor sieht ungefähr so aus. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Ausführungen, aber was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln. Diese mechanische Drehbewegung können wir zum Beispiel bei einer Drohne nutzen, um die Flügel zu drehen und Auftrieb zu erzeugen. Man findet diese Motoren auch in PC-Lüftern. Auch dieses CD-Laufwerk verwendet einen bürstenlosen Motor, ebenso wie diese akkubetriebene Bohrmaschine. Was unterscheidet ihn von einem normalen Gleichstrom- oder DC-Motor? Wenn wir die beiden vergleichen, sehen wir, dass sich in beiden Fällen Magnete im äußeren Gehäuse befinden und dass beide in der Mitte eine Drahtspule haben. Bei einem normalen Gleichstrommotor befinden sich im Inneren jedoch solche Kohlebürsten. Bei den Bürsten handelt es sich um die Arme der Kohleblöcke, die über die Kommutatorplatten schleifen und dafür sorgen, dass Strom durch die Spulen fließt, während sich der Motor dreht. Die Lücken in den Kommutatorplatten bewirken, dass die Spulen in einer bestimmten Reihenfolge an- und abgeschaltet werden, um die Drehung zu bewirken. Da die Bürsten an den Kommutatorplatten entlang schleifen, verschleißen sie mit der Zeit durch die ständige Reibung, sodass der Motor irgendwann repariert oder ersetzt werden muss. Bei bürstenlosen Motoren gibt es dagegen keine Bürsten. Das liegt daran, dass sich bei dieser Bauweise das äußere Gehäuse dreht und die Spulen stillstehen. Da es keine Bürsten gibt, ist die Reibung sehr niedrig. Das macht diesen Motor effizienter und länger haltbar. Es gibt auch Innenläufer-Motoren, bei denen sich der Rotor im Inneren dreht. Diese werden auch In-Runner-Motoren genannt. Die meisten Anwendungen verwenden jedoch Außenläufer-Motoren, auch Out-Runner genannt, bei denen sich der Rotor außerhalb des Motors dreht. In-Runner-Motoren drehen sich in der Regel schneller. Dafür haben Out-Runner-Motoren aber ein viel höheres Drehmoment, weshalb sie häufiger verwendet werden. Deshalb werden wir in diesem Video nur die Außenläufer-Motoren behandeln. Bei einem normalen Gleichstrommotor haben wir nur zwei Anschlussdrähte und er dreht sich, sobald wir ihn an eine ausreichende Stromversorgung anschließen. Ein bürstenloser Motor hat jedoch drei Anschlussdrähte, die mit einem elektronischen Drehzahlregler verbunden sind. Ein Hauptsteuergerät oder Hauptcontroller sendet pulsweit modulierte Signale an den Drehzahlregler. Der Drehzahlregler erhöht, hält oder verringert die Drehzahl des Motors, indem er steuert, wann der Strom durch die drei Drähte in den Motor fließen kann. Wir werden später im Video noch sehen, wie er das macht. Übrigens haben wir die Funktionsweise von Gleichstrommotoren schon ausführlich behandelt. Du kannst sogar lernen, wie du deinen eigenen DC-Motor bauen kannst. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn wir uns einen bürstenlosen Motor ansehen, sehen wir, dass drei Drähte in den Sockel des Motors führen. Diese sind in der Regel unterschiedlich gefärbt, um die drei verschiedenen Phasen zu kennzeichnen. Im Motorsockel befinden sich einige Gewindelöcher, mit denen der Motor an einer Montagefläche befestigt werden kann. Außerdem gibt es einen Sprengring, der die Welle in Position hält. Die Welle verläuft über die gesamte Länge des Motors und ragt an der Vorderseite aus dem Motor heraus. Daran können wir Anbauteile anschließen, um die Rotation zu nutzen. Wenn sich die Welle dreht, dreht sich auch die vordere Hälfte des Motorgehäuses. Dieser Teil ist also der Rotor und dieser Teil ist der Stator. Sowohl der Rotor als auch der Stator haben Löcher im inneren Gehäuse, um die von den Spulen erzeugte Wärme abzuleiten. Denn wenn sich viel Hitze im Inneren staut, schmilzt die schützende Lackisolierung des Drahtes und verursacht so einen Kurzschluss, der den Motor zerstört. Wenn wir den Sprengring auf der Rückseite entfernen, können wir die Welle und den Rotor abnehmen und einen Blick ins Innere werfen. Wenn wir uns den Stator ansehen, sehen wir, dass die Welle durch eine Reihe von Lagern läuft, um eine reibungslose und reibungsarme Drehung zu gewährleisten. Bei dieser Konstruktion hat der Stator zwölf Zähne. Diese bestehen aus laminierten, dünnen Metallblechen, die elektrisch voneinander isoliert sind. Dadurch werden die Wirbelströme im Inneren des Motors reduziert. Diese Wirbelströme werden durch das Magnetfeld verursacht und verschwenden Energie, indem sie Verlustwärme anstatt Rotation erzeugen. Wir sehen auch, dass es zwölf Drahtwicklungen gibt, die in drei verschiedene Spulengruppen unterteilt sind. Der Draht ist lackiert, was ihn elektrisch isoliert. Das bedeutet, dass der Strom durch die gesamte Länge des Drahtes fließen muss, um das Ende zu erreichen. Wäre der Draht nicht isoliert, würde der Strom den kürzesten Weg nehmen und es würde kein starkes Magnetfeld entstehen und der Motor würde nicht funktionieren. Jeder Spulensatz ist mit einer anderen Phase verbunden. Insgesamt gibt es drei Phasen. Wenn wir uns die Rückseite des Stators ansehen, sehen wir, dass die Enden jeder Spule mit einem anderen Satz von Spulen verbunden sind. Die Drähte des Drehzahlreglers werden dann an diese Punkte angeschlossen, um den elektrischen Strom bereitzustellen. Beachtet, dass bei dieser Konstruktion die beiden benachbarten Spulen in entgegengesetzter Richtung gewickelt sind, im und gegen den Uhrzeigersinn. Wir werden später im Video noch sehen, warum das so ist. Dies ist die gängigste Methode, den Motor zu verdrahten. Sie wird als DLRK-Wickelung bezeichnet. Wir sehen, dass dadurch eine Dreiecksschaltung entsteht. Es gibt noch andere Konfigurationen, aber das ist die gängigste. Im Inneren des Rotors finden wir eine Reihe von starken Permanentmagneten, die um die Innenfläche herum angeordnet sind. Diese sind axial magnetisiert, was bedeutet, dass die Polarität auf beiden Seiten unterschiedlich ist. Sie sind so angeordnet, dass sich die Polarität bei jedem Magneten abwechselt. Beachtet, dass es in diesem Beispiel 14 Magnete, aber 12 Statorspulen gibt. Wir haben also 12 Statorpole und 14 Magnetpole und das ist eine übliche Konstruktion. Dieser Unterschied verhindert, dass sich die Magnete und Spulen ausrichten. Der Rotor dreht sich ständig und versucht sich auszurichten, aber das gelingt ihm nicht. Lasst uns jetzt zusammen nachvollziehen, wie diese Motoren funktionieren. Aber zuerst, wo habt ihr schon bürstenlose Motoren im Einsatz gesehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt wollen wir verstehen, wie dieser Motor funktioniert. Der bürstenlose Motor hat drei Drähte, die mit den drei Spulensätzen im Inneren des Motors verbunden sind. Diese sind mit dem elektronischen Drehzahlregler verbunden. Dieser ist auch mit einem Controller verbunden, der ein pulsbreit moduliertes Signal an den Drehzahlregler sendet, das ihm mitteilt, mit welcher Geschwindigkeit er den Motor drehen soll. Dieses Signal kann zum Beispiel von einem Arduino oder einem einfachen Servotester gesendet werden. Wir werden später in diesem Video lernen, wie man die Geschwindigkeit des Motors mit einem Arduino steuert. Drehzahlregler sind in der Regel sehr kompakt gebaut, aber es gibt auch größere Modelle, wie dieses, bei denen man die Komponenten besser sehen kann. Der Drehzahlregler verwendet sechs MOSFETs, die eine Art elektronischer Schalter sind. Die MOSFETs blockieren den Stromfluss, solange wir keine Spannung an den Steuerpin anlegen. Wenn wir dann eine Steuerspannung an diesen Pin anlegen, wird der Schalter geschlossen und es kann Strom fließen. Die MOSFETs sind in drei Paaren gruppiert, ein Paar für jede Phase. Sie sind mit dem Pluspol und dem Minuspol der Batterie verbunden. Das pulsbreiten Modulationssignal wird von dem internen Controller empfangen, der die MOSFETs steuert und sie ein- und ausschaltet. Die Spulen im Stator werden dann mit den Phasen zwischen den MOSFETs verbunden. Der Motor verwendet Drahtspulen, um elektromagnetische Felder zu erzeugen. Diese können wir mit einem Kompass sichtbar machen, wenn wir Strom durch die Spule schicken. Wir können die Polarität des Feldes umkehren, indem wir einfach die Stromrichtung umkehren oder wir ändern die Ausrichtung der Spule. Beachtet, dass die Spulen im Motor in entgegengesetzte Richtungen gewickelt sind, was zu entgegengesetzten Polaritäten führt und den Motor stärker macht. Wir wissen, dass Magnete sich gegenseitig anziehen oder abstoßen. Wir können sie nutzen, um eine Drehung zu erzeugen. Durch das Ansteuern der Spule können wir auch die Rotation sehr präzise steuern. Wenn wir also eine Phase mit Strom versorgen, werden die Magnete im Rotor an mehreren Punkten angezogen und abgestoßen, wodurch eine Drehbewegung entsteht. Und das wiederum beschert uns einen starken Motor mit hohem Drehmoment. Der Hauptcontroller sendet ein pulsweit moduliertes Signal. Das bedeutet, dass die Spannung in Impulsen über die Leitung geschickt wird. Die Breite des Impulses kann verändert werden. Das ist so ähnlich, wie wenn wir einen Taster drücken, um ein Licht einzuschalten. Je länger wir den Taster drücken, desto länger ist der Impuls. Diese Impulse werden alle 20 Millisekunden gesendet, also 50 Mal pro Sekunde. Wir können den Impuls sehen, wenn wir das Gerät an ein Oszilloskop anschließen. Wenn ich hineinzoome, können wir sehen, dass die Breite des Pulses variiert, wenn ich den Regler drehe. Deshalb nennt man es Pulsweitmodulation. Wenn ich die Spannung ändere, sehen wir, dass der Impuls eine höhere Spannung bekommt, aber die Breite des Impulses ändert sich nicht. Der Drehzahlregler empfängt diese Impulse und öffnet und schließt die MOSFETs in einer bestimmten Reihenfolge, um die Spulen im Starter zu erregen. Die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht, hängt von der Breite des empfangenen Impulses ab. Dies verursacht ein rotierendes elektromagnetisches Feld, das in sechs Stufen auftritt. Es gibt nur drei Spulensätze und so kehrt sich die Stromrichtung bei jeder Erregung um und auch die Polarität wechselt. Je schneller sich die MOSFETs öffnen und schließen, desto schneller ist die Drehung. Mit dem Oszilloskop können wir sehen, dass sich der Motor schneller dreht, wenn die Breite des Impulses zunimmt. Die Impulsbreite bestimmt also die Frequenz, mit der die MOSFETs ein- und ausgeschaltet werden, wodurch sich die Geschwindigkeit des Motors ändert. Der Drehzahlregler muss aber auch wissen, wie der Rotor ausgerichtet ist. Einige Motoren verwenden einen Halleffektsensor, der die Änderung der Polarität der Magnete erkennt und daraus ein eindeutiges Muster erzeugt, anhand dessen der Regler die Rotorposition bestimmen kann. Die meisten Hobbymotoren, wie diesen hier, verwenden jedoch keine Hallsensoren. Stattdessen misst der Drehzahlregler die Gegen-EMK, also die elektromagnetische Gegenkraft. Wir wissen, dass ein Strom, der durch eine Spule fließt, ein Magnetfeld erzeugt, das einen anderen Magneten bewegen kann. Aber auch, wenn wir einen Magneten an einer Spule vorbeiführen, erzeugt die Spule eine Spannung. Der Drehzahlregler schaltet nicht alle Spulen gleichzeitig ein. Wenn sich die Magnete an einer nicht erregten Spule vorbeiführen, wird in dieser Spule eine Spannung induziert, die an den Regler zurückgesendet wird, was wir als Gegen-EMK bezeichnen. Der Drehzahlregler überwacht also die Spulen daraufhin, ob sie mit Strom versorgt werden oder Strom erzeugen und erstellt daraus ein eindeutiges Muster, mit dem er die Position des Rotors bestimmen kann. Wenn du den Rotor startest, macht er ein paar Geräusche und dreht sich ein wenig, um die Ausrichtung zu bestimmen. Bauen wir also zusammen diese Schaltung und lernen, wie man einen bürstenlosen DC-Motor mit einem Arduino steuert. Wir werden lernen, wie man einen bürstenlosen Gleichstrommotor mit einem Arduino und einem Potentiometer steuert. Dazu brauchen wir einen Arduino, einen bürstenlosen Motor, einen Potentiometer, einen Drehzahlregler, eine Spannungsversorgung und einige Drähte. Zuerst müssen wir den bürstenlosen Motor mit dem Drehzahlregler verbinden. Verbindet die weiße Signalleitung des Drehzahlreglers mit Port 9 des Arduino. Der Arduino sendet das PWM-Signal über diese Leitung an den Drehzahlregler. Verbindet dann den roten Draht des Drehzahlreglers mit dem Pluspol des Steckbretts. Dadurch wird das Steckbrett mit etwa 5 Volt versorgt. Schließt dann einen roten Draht von der positiven Schiene an den 5 Volt Anschluss des Arduino an. Damit wird der Arduino mit Strom versorgt. Verbindet dann einen schwarzen Draht vom Masseanschluss des Arduino mit der Masseschiene des Steckbretts. Als nächstes verbindet ihr einen schwarzen Draht von der Masseschiene mit dem Masseanschluss des Drehzahlreglers. Als nächstes müssen wir das Potentiometer anschließen. Wir verbinden also die linke Seite mit der positiven Schiene und die rechte Seite mit der negativen Schiene. Zum Schluss verbinden wir den mittleren Pin mit Port A0 des Arduino. Schließe nun deinen Arduino an deinen Computer an, um mit dem Schreiben des Programmes zu beginnen. Du kannst meinen Arduino Code auch kostenlos herunterladen. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Wir geben dann diesen Programmcode ein. Damit wird der Arduino angewiesen, die vorgefertigte Servo-Befehlsbibliothek zu verwenden. Ein Servo ist eine andere Art Motor, aber für dieses Projekt funktioniert er gut. Wenn du wissen willst, wie dieser Motor funktioniert, findest du einen Link in der Videobeschreibung. Dann geben wir dies ein, was ein Objekt namens ESC erzeugt. Ihr könnt es aber auch anders nennen, wenn ihr wollt. Danach geben wir diese Codezeile ein, die einen variablen Integerwert namens Speed erzeugt. Als nächstes geben wir diese Codezeile ein. Sie teilt dem Arduino mit, dass das Objekt ESC an Pin 9 angeschlossen ist. Er sendet ein pulsweit moduliertes Signal an Pin 9 aus. Die Pulse sind zwischen 1 und 2 Millisekunden lang. Der Motor dreht sich auch ohne diesen letzten Teil, aber der Motor wird abgewürgt, wenn das Potentiometer auf seinem Maximum steht. Deshalb fügen wir diesen Teil des Codes ein. Dann geben wir das ein. Dadurch wird die Spannung des Potentiometers am Anschluss A0, also A0 gemessen und mit der von uns erstellten Variable Geschwindigkeit verknüpft. Wir schicken 5 Volt durch das Potentiometer und lesen die Spannung ab, die wir zurückbekommen, je nachdem, wie weit die Potentiometerachse gedreht wird. Der Arduino empfängt dies und wandelt die Spannung in eine Zahl zwischen 0 und 1023 um. Wenn er 5 Volt empfängt, ist es 1023. Bei 0 Volt ist es die 0. Die Servo-Bibliothek, die wir verwenden, versteht diese Zahlen nicht, sondern nur Werte zwischen 0 und 180. Deshalb erstellen wir hier eine Skala, um diese Werte umzurechnen. Der letzte Teil des Codes nimmt diesen Wert und sendet ihn als pulsweit moduliertes Signal an den Drehzahlregler. Zuletzt senden wir das an den Arduino. Dann ziehen wir das USB-Kabel ab und schließen die Stromversorgung an den Drehzahlregler an. Der Motor wird ein paar Pieptöne von sich geben, während er sich initialisiert. Nach einer Weile können wir dann die Geschwindigkeit des Motors mit dem Potentiometer steuern. Okay, das war's. Schaut euch jetzt eines der Videos auf dem Bildschirm an, um noch mehr über Elektronik zu lernen. Wir sehen uns dann in der nächsten Lektion wieder. Und vergesst nicht, uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok und theengineeringmindset.com zu folgen.